Hast Du Dich schon mal gefragt, wie es manche Menschen anstellen, dass sie Krisen so richtig cool surfen und sie daraus noch etwas mitnehmen? Und hast Du Dich vielleicht auch gefragt, warum es Menschen gibt, denen Krisen nicht ganz so leicht fallen, zu managen oder zu meistern? Dann bist Du sicher nicht allein. Heute möchte ich mit Dir teilen, wie Du Krisen meistern kannst mit einem ganz praktischen Tipp und mit einigen Learnings, die ich für Dich mit im Gepäck habe und ich wünsche Dir viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Alja, ich bin Dein Podcast-Host und mein Podcast ist der Podcast Mindful Connection, Dein Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Denn meine feste Überzeugung ist es, wenn wir eine schöne Innenwelt haben, wird sich das automatisch auf das Äußere übertragen, das heißt die Dinge, die uns passieren, Dinge, die wir sehen, Situationen, die wir haben, Menschen, denen wir begegnen, die strahlen genauso positiv wie wir. Und ich rede hier nicht von Positive Thinking oder sich die Welt schönreden gar nicht, sondern ich rede tatsächlich von wirklich innerer Arbeit, die manchmal schwer ist, manchmal hart, die manchmal auch richtig wehtut, aber die unbedingt zu einem glücklichen Leben dazugehört. Wenn Du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, lade ich Dich ein, auf meine Website A Mindful Connection zu kommen, www.amindfulconnection.de, alles in einem durchgeschrieben, oder abonniere meinen YouTube-Kanal, der auch A Mindful Connection heißt, oder vernetze Dich mit mir bei Instagram at A Mindful Connection. So, jetzt ist aber auch genug mit der Werbung, jetzt starte ich hier direkt mal rein. Und falls Du Dich gewundert hast, warum ich im Moment keine Musik habe, das mache ich ganz bewusst, irgendwie finde ich die Musik im Moment gerade für einige Themen zu fröhlich, deswegen verzichte ich gerade auf die Musik. Ich freue mich, dass Du zuhörst, denn dieses Thema ist extrem spannend und es knüpft an die letzte sehr emotionale Podcast-Folge an, denn dort habe ich geschildert, wie ich eine Krise gemeistert habe, beziehungsweise ich bin noch mittendrin in der Krise sein, weil mal ganz ehrlich, ich habe letzte Woche erzählt, dass meine Mama vor dreieinhalb Wochen gestorben ist, was das mit mir gemacht hat und wie ich gelernt habe, dieses Unbegreifliche zu akzeptieren, beziehungsweise was ich vor allen Dingen durch meine Mutter gelernt habe, die ihr Schicksal mit einer solchen Würde und Akzeptanz angenommen hat, dass es mir tatsächlich die Schuhe ausgezogen hat, weil meine Mama ist meine Heldin, wir hatten es nicht immer leicht, aber im letzten Jahr haben wir uns richtig toll angenähert. Und das ist zum Beispiel das Erste, was ich Dir mitgeben möchte, egal wie tief, wie schrecklich die Krise im Außen ist. Krisen erfüllen einen Zweck. Bei uns war der Zweck zum Beispiel, dass meine Mutter nicht mehr gesund geworden ist von ihrer Krebserkrankung, dass der Krebs unheilbar wurde und sie am Ende ins Hospiz kam. Dieses letzte Jahr, ich habe das schon in dem Jahr gespürt, aber ich kann das nur retrospektiv auch sagen, das war ein Segen für unsere Beziehung. Ich habe gesehen, dass ich meiner Mutter all die Dinge, die ich ihr in kindlicher, unbewusster Manier noch vor Jahren vorgehalten habe, dass ich ihr all diese Dinge in den letzten Jahren durch meine innere Arbeit vergeben habe. Und dadurch hatten wir eine ganz tolle Begegnung, wirklich auf Augenhöhe. Ich als erwachsene Tochter, meine Mama als erwachsene Mama natürlich, wo wirklich am Ende nur noch Liebe geblieben ist. Gerade die letzten Monate, in denen ich sie begleitet habe, gemeinsam mit meiner Schwester, habe ich das Band zwischen meiner Mutter so stark gespürt wie noch nie. Und es ist schrecklich, seine Mutter zu verlieren. Und ich hätte mir gewünscht, sie würde noch einige Jahre leben. Das wäre mein innigster Wunsch gewesen. Aber wenn ich zurückblicke auf das letzte Jahr und die letzten Monate, weiß ich, dass die Chance in dieser Krise liegt, die Chance, die ich bekommen habe, wirklich diese tiefe Liebe, diese tiefe Verbundenheit zu meiner Mutter zu spüren in einer Intensität, wie ich sie noch nie zuvor in meinem Leben gespürt habe für diese Frau. Und das ist für mich das größte Geschenk, was ich aus dieser Krise, in der ich immer noch hänge, mitnehme. Und das erfüllt mein Herz. Ich spüre meine Mutter. Meine Mutter sendet mir Zeichen in Form von Blumen, von Federn. Das hatte ich letzte Woche schon erzählt. Es ist so schön und ich spüre diese tiefe Liebe, die ich für sie habe. Und verstehe mich nicht falsch, es gibt jeden Tag einen großen Moment, in dem ich heule wie ein kleines Kind, weil ich diesen Verlust in dem Moment kaum ertragen kann. Aber im Prinzip ist auch ein gewisser Frieden da drin. Die Krise als Chance, das ist eigentlich das, was ich dir jetzt in diesem Podcast gerne schenken möchte. Im Chinesischen gibt es ein Schriftzeichen, was gleichermaßen Krise als auch Chance bedeutet. Und das kennst du bestimmt, ja. Das ist nichts Neues. Ich finde es nur unglaublich schön, Krise als Chance zu sehen. Weil in Krisen stecken Chancen. Wie meine ich das? Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mich verliebt, nach Ewigkeiten wieder, das ist jetzt schon 16, 17 Jahre her. Und der Mann hat sich von mir getrennt. Und ich habe damals in Köln gelebt und ich hatte unbewusst immer diesen Drang, nach Berlin zu ziehen. Und diese Trennung, die echt hart war, die mir echt wehgetan hat, hat mich dazu veranlasst, meine Sachen zu packen und nach Berlin zu ziehen. Und das war die größte, beste, wichtigste Entscheidung, was den Ort angeht in meinem Leben. Ich lebe seit 16 Jahren in Berlin. Berlin ist mein Zuhause. Ich bin diesem Typen rückblickend dankbar, dass er jetzt zwar nicht der exakte Grund war dafür, dass ich umgezogen bin, aber er war der entscheidende, letzte Tropfen, der das fast sozusagen zum Überlaufen gebracht hatte. Weil ich habe mich davor anderthalb Jahre mit dieser Entscheidung schwergetan. Und diese Trennung war für mich der entscheidende Tropfen. Und rückblickend ist man immer schlauer, das wissen wir alle. Rückblickend wissen wir, dass bestimmte Krisen ganz wichtig waren in unserem Leben, weil sie bestimmte Stellschrauben, bestimmte Weichen gestellt haben für unseren weiteren Lebensweg, der in eine positive Richtung dann am Ende gegangen ist. Und ohne diese Krise hätten wir diese Weiche nicht gestellt. Ich würde dich jetzt mal einladen, ein Blatt Papier zu nehmen. Und da malst du eine Timeline drauf von Null, wie so ein Pfeil, wie so eine, was ist das, X-Achse im Matheunterricht. Es gibt die X- und Y-Achse, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Das ist eben im Prinzip eigentlich ein Strich mit einem Startpunkt auf der linken Seite. Da schreibst du Null dran. Und dann hast du ein Pfeil in die Richtung, da kannst du 90 plus ranschreiben. Das ist deine Lebenslinie sozusagen. Und auf dieser Lebenslinie trägst du bis zu deinem jetzigen Leben unten unter dieser Linie die Tiefpunkte, drei Tiefpunkte in deinem Leben ein. Das kann eine Trennung sein. Das kann der Verlust eines Jobs gewesen sein. Das kann auch was Kleines gewesen sein. Das kann der Verlust eines Menschen gewesen sein. Du hast da bestimmt schon diverse Krisen durchlebt. Und drei davon trägst du bitte unter diese Linie ein. Du benennst diese drei Krisen, die dich mehr oder weniger geprägt haben. Und wenn du sie benennst, überlegst du dir, wie bist du aus dieser Talsohle gekommen? Was waren deine Learnings? Ich stelle immer diese Frage, wenn ich in einer Krise bin, was kann ich hieraus lernen? Und das ist für mich mein Leitfaden, wenn ich in einer Krise bin. Und diese Frage kannst du dir bei deiner Timeline-Arbeit auch stellen. Was kann ich hieraus lernen? Was habe ich hieraus gelernt? Und ich schwöre dir, du wirst retrospektiv sehen, was du aus dieser Krise mitgenommen hast. Welche Weichen sich für dich neu gestellt haben. Vielleicht bist du umgezogen, hast plötzlich die Liebe deines Lebens kennengelernt, was ohne den Verlust dieses Menschen, dieses Ex-Partners gar nicht passiert wäre. Du hast Dinge über das Leben erfahren, was du vielleicht ohne den Tod eines Menschen niemals erlebt hättest. Oder ohne diesen Umzug niemals erlebt hättest. Es gibt immer Dinge, die wir aus Krisen lernen. Und jetzt möchte ich auf den Punkt zu sprechen kommen, warum es manche Menschen gibt, die Krisen besser surfen als andere. Das ist nämlich genau das Mindset. Es ist das Mindset, es ist quasi der Blick aufs Leben, den diese Menschen haben, die Krisen gut surfen können oder gut meistern können. Es ist der Blick darauf mit der Leitfrage, was kann ich hieraus lernen? Es gibt so viele Menschen, die jammern, die sich als Opfer fühlen, wenn sie eine Krise haben. Und ja, man darf auch mal kurz jammern. Ja, es ist auch scheiße, wenn einem was passiert. Es gab auch Momente, wo ich wirklich das Leben verflucht habe und das so ungerecht fand, dass meine Mutter diese Krankheit hat. Aber das war ein kurzer Moment und ich wusste, das ist jetzt meine Wut, die muss ich jetzt hier mal kurz Luft machen. Aber was kann ich aus dieser Situation mitnehmen? Was trägt mich jetzt gerade? Was kann ich aus dieser Krise lernen? Menschen, die Krisen meistern, die haben das Mindset, hier gibt es etwas für mich zu lernen, zu erfahren. Und das sind Menschen, die gucken nicht auf die Krise und lamentieren, versinken in Selbstmitleid oder schlagen, bildlich gesprochen natürlich, wild um sich und klagen das Leben, den Ex, den Job, den bösen Chef an. Das sind Menschen, die selbstverantwortlich sich ihr Leben angucken und sagen, okay, ich sitze gerade in dieser Scheiße und erst mal ist es okay. Es macht keinen Spaß, aber es ist okay. Die durch den Schmerz gehen, die ihre Wunden heilen und ein Interesse daran haben, wieder glücklich zu sein. Wie kann ich dieses Mindset etablieren? Guck bitte auf deine Timeline, guck dir an, wie du diese Krisen, die du da aufgezeichnet hast, gemeistert hast. Sieh dir an, welche Ressourcen du angezapft hast, um diese Krisen zu meistern. Ressourcen können sein, externe Ressourcen. Du hast mit Freunden gesprochen. Du hast dir Vorbilder geholt, die eine solche Krise gemeistert haben und hast von denen gelernt. Du hast Workshops besucht. Du hast meditiert. Du bist viel in die Natur gefahren. Das sind alles externe Ressourcen. Welche internen, intrinsischen Ressourcen hast du gehabt, um diese Krise zu meistern? Vielleicht hast du eine tolle Kommunikationsfähigkeit und hast viel mit Menschen kommuniziert. Oder du bist ein sehr kreativer Mensch und hast diese Krise verarbeitet durch einen kreativen Prozess, zum Beispiel durch ein Bild, was du gemalt hast oder durch ein Buch, was du geschrieben hast. Oder, oder, oder. Du hast Ressourcen und diese sich bewusst zu machen, das ist ein ganz wichtiger Schritt, um anders auf Krisen zu sehen. Wichtig ist auch zu sehen, dass Krisen zeitlich begrenzt sind. Wir hängen ja nicht immer in der Krise. Ja, das kann ja keiner wirklich in seinem Leben, wenn man so zurückblickt, feststellen. Aus allen Talsohlen gibt es auch immer wieder die Bergspitzen, die wir erklimmen konnten, wo es uns richtig, richtig gut ging. Und so blöd und abgedroschen es auch klingt, wenn wir nicht im Tal sind, wissen wir den Berg nicht zu schätzen. Es ist einfach so. Das gehört zum Leben dazu. Und solange wir leben, verändern wir uns. Und solange wir leben, fahren wir rauf und runter auf der Achterbahn des Lebens. Und das gehört zu einem glücklichen Leben auch dazu, diese Achterbahn, dieses Auf und Ab. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Das ist immer die entscheidende Frage. Denn natürlich habe ich viele Klienten, Klientinnen in meinen Coachings, denen geht es dreckig. Ganz klar. Deswegen kommen sie ins Coaching. Und das ist schon mal der erste Schritt, sich selbst helfen zu lassen. Zu arbeiten daran. Warum bin ich hier? Wie bin ich hier gelandet? Wie kann ich aus dieser Krise rauskommen? Und das erarbeite ich mit meinen Klientinnen, mit meinen Klienten im Coaching. Und es ist ein total schöner Prozess zu sehen, wie sich immer wieder plötzlich so Aha-Momente ergeben. Oh ja, so habe ich das noch nie gesehen. Oh ja, das ist eine neue Erkenntnis. Und man merkt einfach als Coach, wie schön das da oben im Oberstübchen rappelt. Und dass plötzlich neue Fenster einfach geöffnet werden, durch die man auch hindurchsehen kann. Und nicht immer durch das übliche graue Einerlei, was man ja gerne mal an seinem Hauptfenster hat. Ja, mit den ganzen Schlieren und dem ganzen Dreck. Und dann putzt man das manchmal so halbherzig sauber. Nee, es gibt ja auch noch andere Fenster, die ich eigentlich nie benutze. Dazu möchte ich dich ermutigen, anders auf deine Krisen zu gucken, durch andere Fenster zu blicken. Saubere Fenster, hinter denen du den Horizont siehst. Denn die Krise ist eine Chance. Es ist nur unser Blick darauf, was uns das oft nicht wahrhaben lässt. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest viel mit dem Podcast anfangen. Ich hoffe, ich habe dir ein paar kleine, neue, saubere Fenster eröffnet. Und freue mich sehr, wenn du Lust hast, auf meiner Seite vorbeizuschauen und mit mir vielleicht sogar zusammenzuarbeiten. Abonniere auch gern meinen Podcast, entweder bei YouTube oder bei allen Podcaststationen deiner Wahl. Spotify, was gibt es noch so alles? iTunes. Und auch gerne auf meiner Website, da kannst du den Podcast auch hören und abrufen. Ich freue mich total, wenn wir verbunden bleiben. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Alia